Als das Paar vor dem Altar stand, starrte Marina ihren zukünftigen Ehemann mit einer Mischung aus Schock und Unglauben in den Augen an. Was sie gerade erfahren hatte, erschütterte ihre Beziehung in ihren Grundfesten, aber würden sie stark genug sein, um weiterzumachen, oder waren sie dem Untergang geweiht? Michael war ein charmanter und lustiger Mann. Doch trotz seiner Fähigkeit, andere zum Lachen zu bringen, hatte er kaum Geld. Das Wenige, das er hatte, gab er gedankenlos für schöne Momente aus, um den Schein zu wahren. Wie es das Schicksal so wollte, traf Michael eines Tages die bezaubernde Marina. Sie stammte aus bescheidenen Verhältnissen und hatte zahlreiche finanzielle Hürden zu überwinden. Entschlossen und zielstrebig kämpfte sie ständig darum, über die Runden zu kommen und träumte von einem Leben frei von Geldsorgen. Als Michael Marinas Ausstrahlung und ihr reines Herz sah, konnte er nicht anders, als sich Hals über Kopf in sie zu verlieben. Er war fest entschlossen, ihr Herz zu gewinnen. In einem ehrgeizigen Versuch beschloss er, eine Illusion von Reichtum zu schaffen, indem er alle möglichen Tricks anwandte. Aber war es klug von Michael, ihre Beziehung mit einer so großen Lüge zu beginnen? In seinem unerbittlichen Streben nach Marinas Zuneigung zögerte Michael nicht, seine Brieftasche zu öffnen, um einen unvergesslichen Eindruck zu hinterlassen. Er wählte sorgfältig die besten Restaurants und sorgte dafür, dass ihre romantischen Abendessen einfach nur majestätisch waren. Der sanfte Schein des Kerzenlichts tanzte über ihre Gesichter, während sie die köstlichen Gerichte genossen. Marina war von der Art und Weise, wie sie behandelt wurde, absolut begeistert. Aber das war noch nicht alles. Michaels Großzügigkeit kannte keine Grenzen, als er Marina mit allen möglichen Geschenken überhäufte. Er wählte sorgfältig Schmuckstücke aus und Designerkleider, die ihr sorgfältig auf den Leib geschneidert waren. Marina fühlte sich wie eine Königin. Doch es waren nicht nur die materiellen Besitztümer, die Marinas Herz gefangen hielten. Michael erzählte Geschichten über ein Leben, das wie aus einem Märchen entnommen schien. Mit dem Geschick eines meisterhaften Geschichtenerzählers malte er lebhafte Bilder von romantischen Ausflügen in abgelegene Paradiese, wo sie sich in der warmen Umarmung des Luxus sonnen würden, umgeben von atemberaubenden Aussichten und unvergesslichen Momenten. Er versprach ihr Erlebnisse malerische Landschaften und extravagante Yachtkreuzfahrten auf kristallklarem Wasser. In der Gegenwart dieses charismatischen Mannes geriet Marina hoffnungslos in seinen Bann. Seine magnetische Aura schien wie eine unsichtbare Kraft zu wirken und zog sie immer näher an sich heran. Jedes Wort, das er sagte, wurde für sie zur Realität und sie stellte sich eine Zukunft voller Liebe, Größe und ungeahnter Freuden vor. Sie ahnte jedoch nicht, dass Michael sich immer mehr verschuldete, während er um sie warb und dass er die Wahrheit über seine wahre finanzielle Situation sorgfältig verbarg. Er liebte sie einfach zu sehr, um sie gehen zu lassen und war bereit zu lügen, zu betrügen und sich zu verstellen. Und als sie ihm voller Bewunderung in die Augen schaute, wagte er zu glauben, dass sie ihn auch liebte, nur für den Mann, der er war und nicht für den angeblichen Reichtum. Fasziniert von Michaels aufrichtigen Versprechungen ließ sich Marina in eine Welt entführen, in der Träume grenzenlos und alles möglich schienen. Als er auf die Knie ging und sie mit dem schönsten Verlobungsring, den sie je gesehen hatte, um ihre Hand bat, konnte sie nicht anders als Ja zu sagen. Im Rausch ihrer Liebe gelobte Michael inbrünstig Marina, die Flitterwochen ihrer Träume zu ermöglichen, eine außergewöhnliche Eskapade an einem fernen und faszinierenden exotischen Ort. Um Marinas Vision von einer Zukunft voller Komfort und Überfluss noch zu verstärken, versprach Michael ihr liebevoll, ihr nach ihrer Rückkehr von ihrer bezaubernden Hochzeitsreise ein beeindruckendes, palastartiges Haus zu schenken. Dieses majestätische Haus sollte der Grundstein für ihr gemeinsames Leben seine. Mit jedem Tag wuchs Marinas Vorfreude und sie konnte den Zauber, der sie auf dieser außergewöhnlichen Reise erwartete, fast schon schmecken. Vor ihrem geistigen Auge stellte sie sich vor, wie ihre Leben in den Mauern ihres prächtigen Hauses miteinander verwoben sein würden, wo sie den Grundstein für ein Leben legen würden, das auf gegenseitiger Liebe, Unterstützung und dem Streben nach gemeinsamen Träumen aufgebaut war. Der Tag ihrer Hochzeit brach an und Marinas Herz tanzte vor Aufregung. Doch das Schicksal hatte einen anderen Plan für sie auf Lager. Als Michael vor dem Altar stand und auf Marinas Ankunft wartete, fummelte er nervös an seiner Krawatte herum. Er wusste, dass er die Fassade nicht ewig aufrechterhalten konnte, aber er steckte zu tief drin, um jetzt einen Rückzieher zu machen. Was er aber nicht wusste, war, dass die ganze Geschichte noch am selben Tag zusammenbrechen würde. Plötzlich gab es einen Aufruhr am Eingang. Der Pfarrer kam mit einem strengen Blick auf Michael zu und hielt einen Umschlag in der Hand, der gerade geliefert worden war. Als er ihn ihm überreichte, glitt der Umschlag aus seinen zitternden Händen und der Inhalt verteilte sich vor Marinas Füßen. Zur großen Überraschung aller enthielt der Umschlag eine entmutigende Sammlung unbezahlter Rechnungen, Mahnungen und Pfändungsbescheiden. Während sie geschockt auf den Inhalt starrte, weiteten sich ihre Augen noch mehr und sie wurde allmählich mit der harten Realität konfrontiert. Was Marina nicht wusste, war, dass Michael seine tägliche finanzielle Not gekonnt verbarg und zu Täuschungsmanövern griff, während er seine Probleme mit seinem ansteckenden Humor und unwiderstehlichen Charme überspielte. Als die Wahrheit über sein geheimes Leben langsam ans Licht kam, war Marina fassungslos und zweifelte an der Echtheit von allem. Tränen stiegen ihr in die Augen, als sie wie erstarrt dastand, untröstlich über die Erkenntnis, dass ihre Träume zerplatzt waren. Die Gäste murmelten ungläubig und wussten nicht, wie sie reagieren sollten. Michaels Augen waren voller Tränen, als er sie beschämt ansah. Er rechnete fest damit, dass sie ihn anschreien und davonstürmen würde. Aber Marina holte tief Luft, wischte sich die Tränen weg und ging auf ihn zu. Ich mag auf deinen falschen Reichtum hereingefallen sein, Michael, aber ich bin auch auf deinen Humor, dein Charisma und die Liebe hereingefallen, die du mir gezeigt hast, sagte Marina mit ruhiger, aber trauriger Stimme. Geld mag kommen und gehen, aber wahre Liebe und Aufrichtigkeit sind unbezahlbar. Du warst vielleicht nicht von Anfang an ehrlich zu mir, aber vielleicht können wir einen Weg finden, eine echte und aufrichtige Liebe aufzubauen, die wertvoller ist als jeder materielle Besitz. Michael, der seinen Betrug zutiefst bereute, konnte nicht anders als Marinas vergebendes Herz zu bewundern. Er erkannte, dass es BE der wahren Liebe nicht um ein Bankkonto geht, sondern um die Momente des Lachens und der Kameradschaft, die sie miteinander geteilt hatten. Als die Sonne an diesem Hochzeitstag unterging, begaben sich Marina und Michael auf eine andere Reise. Eine Reise, die nicht auf Illusionen und großen Versprechungen beruhte, sondern auf der Stärke ihrer Liebe und der Fähigkeit, das Glück in der Einfachheit zu finden. Was hältst du von dieser unglaublichen Geschichte? Wie hättest du reagiert, wenn du herausgefunden hättest, dass deine Beziehung auf Lügen aufgebaut war? Könntest du lernen zu verzeihen? Wie immer freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken und Meinungen in den Kommentaren unten mitteilst.